Wombats sind echt so putzig. Das Kleine hängt mit der Nasenspitze immer am Hinterteil der Mama. Nur zögerlich wird die Gegend erkundet. Einmal rauf den Hügel, nach wenigen Sekunden geht es wieder zurück in die Höhle. Erde, Sträucher, Futter, es gibt viel zu entdecken. Momentan ist natürlich alles, was draußen ist, total aufregend noch für die Tiere. Das heißt, jedes Geräusch, was irgendwie anders ist, ist erstmal potenziell gefährlich. Das heißt, man verschwindet schnell wieder im Bau und kommt dann wieder raus. Und die Ausflugszeiten draußen, wo dann Jungtier und Mutter wirklich außerhalb der Höhle unterwegs sind, die werden jetzt jeden Tag länger. Viel ist bislang vom Nachwuchs bei den tasmanischen Nacktnasen-Wombats nicht zu sehen. Yvonne Riedelt und die anderen vom Erlebnis zu Hannover ködern mit Süßkartoffeln. Dann zeigt sich Wombat-Mutter Maya, wenn sie hungrig ist. Ob das Jungtier ein Mädchen oder Junge ist, steht noch gar nicht fest. Es hat sich sehr, sehr oft hinten im Beutel aufgehalten, hat sich nicht so viel gedreht und gewendet, dass wir es sehen konnten. Das heißt, wir warten jetzt darauf, dass der Tierarzt vorbeikommt. Dem geben wir aber auch noch ein paar Wochen Zeit. Also das Jungtier soll jetzt erstmal außerhalb des Beutels die Welt erkunden und hier ankommen. Und dann Anfang November kommt der Tierarzt vorbei. Die Beuteltiere leben auf Tasmanien und im Westen und Süden Australiens. In freier Wildbahn graben Wombats Höhlen, die einen guten Schutz vor Fressfeinden bieten. Für gewöhnlich gehen sie nachts auf Futtersuche. Wer das Wombat-Baby in Hannover zu Gesicht bekommen will, braucht also Geduld und gute Augen. Ich finde es total niedlich. Ich habe ihn in Australien schon mal streicheln dürfen und ja, verliebt. Das Wombat sieht man sonst gar nicht. Es ist ja nachtaktiv und man sieht es halt sonst sehr selten. Also es ist schon ein Glück, wenn man es mal zu sehen bekommt. Naja, aus Australien auf jeden Fall. Überhaupt nicht bekannt hier in Deutschland. Kriegt man sonst nie zu sehen, außer halt im Fernsehen. Deswegen würde ich hierher kommen in Hannover Zoo und mir das anschauen. Wombat-Mutter Maja hat das mittlerweile dritte Jungtier zur Welt gebracht. Die Vorgänger-Babys Cody und Cooper waren schon tierische Stars im Zoo. Und das neue Jungtier ist ebenfalls Wombastisch. Und das neue Jungtier ist ein Kind.